Hi Leute und Willkommen auf meinem wundervollen deutschen... Halt dein Maul! ...deutschen Kanal! Wir spielen heute eine Runde GTA Online wieder. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern diesmal ist Luke mit dabei. Gott sei Dank. Wir wollen jetzt nämlich eine Vorbereitungs-Heist machen. Für die... Heist. Nicht für die End-Heist, sondern für so eine Mittel-Heist. Es ist schon Heist. Es ist halt nicht der Doomsday-Heist. Ja, also es ist heiß, aber es ist noch nicht ganz heiß. Es ist sehr heiß. Und was machen wir jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Wir brechen eine Server-Farm ein. Genau, und Clown-Server. Und... ja genau. Genau, das ist unsere Aufgabe. Und nebenbei essen wir Mayonnaise. Was hab ich denn hier für eine Waffe, Alter? Ich muss sowieso erstmal gucken... Ja, ich will fliegen, ich will fliegen! Oh, voll gestolpert. Okay. Ach ja, den haben wir ja vorher geklaut. Äh, ja, das kann sein. Ich glaub, das letzte Mal, wo wir die... Ich glaub, die Mission, dass wir die Vorbereitungs-Mission gemacht haben, ist irgendwie zwei Monate oder so. Nee, länger. Du kannst... Du kannst da den Pies-Sender diaktieren, ne? Wie geht das? Äh, einklappen unten. Hab ich doch schon. Zweiseitig, einklappen. Nee, nee... Ja, die... Ich nachher musst du, äh, einklappen. Ja, aber wie? Ja, weißt du nicht. Wie steige ich denn aus? Mit F, ne? Ja. Gut, da weiß ich schon mal, was ich drücken soll. Super. Guck mal danach, Alt-A4. Guck mal danach, Alt-A4. Guck mal danach, Alt-A4. Guck mal danach, Alt-A4. Nee, keine Ahnung. Ich find's auch so dumm, dass wir die Mission nicht allein machen können. Oh, Chat. Scheiße, scheiße, scheiße. Du solltest zufliegen. Ja, ich weiß, ich hab T gedrückt, deswegen, ich wollte wissen, was passiert. Und was, H? Ja, H! Ja, Guck, H war's. War H. Wie H. H steht für... Homosexuelle. Ja, okay. Da geht niemand wieder hier. H. 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 Schau mal, vorsichtig. Du brauchst den Börsen, um da rauszuhren. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott! Ich brauche Cover, Junge! Aha, Ralf! Was ist denn da passiert? Gibt es wieder schwerer Scharfschützengewehr? Kein Schalldämpfer? Was ist denn das für ne fucking Scheiße, Alter? Bild nach oben, wo ist Bild nach oben? Neustart, Junge. Da oben. Danke. Mann, was ist denn das für ne Scheiße? Ich will rumballern und merke auf einmal, da gibt es nichts. Deswegen nimmst du eine schallgedämpfte Pistole. Ja, das ist doch scheiße. Ja, aber das ist sicher. Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, ich fliege mit dem Helikopter an und niemand hört mich, aber kaum schieße ich, bin ich weg. Er hat halt den Verein gebaut, der Helikopter. Ja, genau. Hör ich ja auch. Beziehungsweise hörst du nicht. Alter Maul, Junge. Ach hier, ich weiß noch wie wir... ... und Sicherheit auf dem Weg. Das ist ein Black-Op, Leute. Es ist ein Thema nationaler und internationaler Sicherheit. Wenn diese Männer wussten, warum wir das machen würden, würden sie uns bedanken, was wir hier machen würden. Ich sag nichts, alles gut. Bist du hier einmal quer runter? Ja, ja. Falsche Richtung. Warte, ich muss erstmal gucken, was ist denn hier schallgedämpft? Ich hab doch gar nichts. Ich springe aber runter. Luke. Ja, sonst haben wir, starten wir die Mission nur mit einem Leben. Das ist richtig dumm. So schaffen wir das niemals. Doch. So schaffen wir es uns nicht. Ich komme! Alter, bitte. Boah, Junge. Alter. Nee, Junge, nee. Alter, weh. Nee, Junge, nee. Alter, weh. Bild nach oben. Vor allen Dingen, bei mir geht ja nicht mehr Bild nach oben. Bild nach oben. Bild nach oben. Ich hab jetzt ne Speicherkarte mit 512 Gigabyte. Hier. Bild nach oben. Bild nach oben. Sag YouTube Deutschland Hallo. Bild nach oben. Ey, hau. Entschuldigung. Zweiter Akt, Alter. Achso, erster Akt. Scheiße. Können wir ja noch 3 Millionen machen, ne? Boah. Alter, mein Arsch. Scheiße. Oh, den Oster gibt's nicht mehr. Du kannst Schiff beim runterdrücken. Mach ich's doch. So, wir lassen Martino ein bisschen singen. Oh, bitte nicht. Ich singe jetzt das Lied viel Frieden und schöne Weihnacht. Süß. Süß. Wir Frieden und schöne Weihnacht. Wir Frieden und schöne Weihnacht. Ja. Warte mal. Ey. Warte los. Wir Frieden und schöne Weihnacht. Ja. Welche nimmst du? Ich nehm rechts. Rechts? Ja. Wo ist rechts? Nach rechts. Der mit dem Kopf nach hinten. Ne, eigentlich nach vorne. Der mit der Klatze. Der mit der größeren Klatze. Der mit der größeren Klatze. Der mit der größeren Klatze. Ja, den nehm ich. Okay. Eins. Oh nein. Oh, Luke. Tino, Mann. Was denn? Hör mal auf jetzt. Wir müssen uns hier konzentrieren. Der mit der Maul. Ja, ich will nur noch kurz zeigen. Ich soll's dir sein Maul halten. Schau's dir sein Maul halten, brühe. Watch out. Two Guards coming your way. Ich leflöschen mein Bröschen. Ich küche da ab. Kann ich dir noch mal zeigen? Oder so. Wann kommst du? Hier. Perfekte Scheiße. Alter, Luke. Ich warte es nicht. Nee, steht nicht Wladimir Putin, ne? Oh, Tino. Entschuldigung. Halt dir sein Maul. Hallo. Wird hier nicht rumgemault. Wird hier nicht rumgemault? Oh, Tino. Halt dir sein Maul. Wartbarheiten. Ey, wir haben auf Leicht gestellt. Das kann jetzt wieder zwei Stunden dauern hier, Junge. Muss ich auch erst wieder einspielen. Vor allen Dingen, du spielst das mal besser als ich. Oh, eh. Obwohl doch, das ist auch so. Ja, jetzt nicht dabei, aber ich meine allgemein ist beim Schießen. Ja, außer du holst deine beschissene Laserwaffe raus. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Laserwaffen. Das ist mega behindert. Die Waffe ist viel zu stark. Warte mal, ich hab mir noch ne andere geholt. Ich hab mir die hier geholt. Take out cameras and security on the way. Alter, schießt doch. Hehehe. 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 Du schaust dir so ein, so, so ein Spionfilm an, weißt du? Hehehe. Du wolltest du leicht einbrechen und dann holt einfach der eine Typ den Gatlingkant raus. Und macht einfach mit durch die Gegend. Hehehe. 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 Ich wollt dir mal meine Waffe zeigen. Hehehe. Du hast gar nicht geguckt. Zeig's dir gleich doch mal. Ich kenn die. Ich hab die schon, ich hab die selber. Die hat 500.000 gegossen. Mhm. Also die ist gut. Und laut. Nee, hab ich das gar nicht gehört. Hehehe. Eins, zwei, drei. Nein. Das war die Scheiße. Kam nicht hier auch noch einer um die Ecke? Mhm. Wollen wir hier warten? Achso. Achso. Nee, die Kamera war bei uns. Achja, jetzt kam der Boss. Oder der. Erstmal wieder einfinden. Alles schon vergessen hier. Das war's. Ach nee, jetzt kommen doch die beiden, oder? Auch nicht, ey. Warte, die hat, das war's. Nein, jetzt müssen wir die zu ganz kurz drühen. Achso, befummeln, genau. Hab ich jetzt schon. Jetzt müssen wir runter. Und dann unten müssen wir dann die ganzen Leute töten. Ja, das mit den Leuten töten. Ach. Und jetzt kommen die zwei um die Ecke. Achso. Hier, das sind zwei. Welche nimmst du? Ich nehm den weißen. Nee, ich nehm den rechts. Erstmal schießen, ohne mir Bescheid zu sagen. Wo ist hier die Kamera? Ach nicht. Ach da. Ich hab's jetzt auch nicht gesehen. Da war noch einer. Ja, quick, alter. Schieb ja den quick in den Arsch. So, Leute, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht die Scheiße. Wir gehen los. Ich bin schon bei zwölf Minuten, alter. Ich passte diese Mission. Aber jetzt kann ich schon meinen Laser auspacken, oder? Also, nicht... Wir sollen am Anfang eigentlich leise sein. Ja, ich weiss ja jetzt. Ich mein, aber hab ich meinen Laser noch hier drin? Boah, ich nehm... Erst nimmst du B und A? Ich nehm die Panzerfaust. Nimmst du B und A? Äh, ja, ich nehm A und B. Ah ne, kann ich da lang, weil du... Weil ich weiß, so wie's... Weil ich noch... Aufpassen, weil die Gegner spot nicht hier, ne? Okay, Ralf. Okay, Ralf. Wenn ich jetzt verkacke, kann ich nix dafür, weil ich nicht weiß, wie's hier aussieht. Ralf, du musst, ähm... Ja, ich will's doch. Ich hab's doch auch. Ja, ich hab's doch nicht. Ja, ich hab's doch nicht. Okay, dann. Our data's of slightly more operational significance than your porn site cookies. But I take your point. All that data, you know what that's worth? If Clifford could process a 10 of that information, imagine what it would learn. What it would become. You're only paying for these four servers. And these four servers is all you're getting. Of course. It'll all go open source one day anyway. Jon, ich hab'n Puls von 180, alter. So, ich bin bei C. Oh ne, das war die Wichse. E. Äh. Hast du das? Oh, leuch! Ich hab' so lange von der Hose geklappt. Ich bin so krass. So. So, hast du auch schon? Ja. Eins hab' ich. Vielleicht bin ich bei denen. Bei mir dauert's noch. Geh' 3 Männer, dem Amerikaner. Ich bin so, ich bin bei A. Okay, so hab' ich gerade Jetzt hab' ich's, Junge. Toll, jetzt muss ich hier einen auf. Alter, die halten viel zu viel aus. Das ist was wir zurückgekommen, wie du kamst, durch die Raze-Control-Rumme in der Mitte des Datacenter. Oh Gott sei Dank, Alter, Gott sei Dank. Wir müssen nur nochmal abhauen. Ich hätte überhaupt keinen Bock mehr da gehabt, wenn wir irgendwas jetzt noch machen. Und jetzt hätte ich keinen Bock mehr, die linke Maustaste zu betätigen, um zu schießen. Ne, das hätte... naja, geht so. Oh Gott sei Dank. Warte mal, aber nehm jetzt trotzdem mal... Ah ne, der Alarm ist ja trotzdem da gleich am Anfang, oder? Er ist immer da. Ach scheiße. Ich dachte wir können jetzt rausschleichen. Hört, hängt grad einfach Rados durch. Ich auch. Scheiß auf alles. Oh no. Fuck you. Die halten übelst viel aus. Die halten mega dummes Headshots setzen, wenn wir auf den Kopf ziehen. Dann sind die One-Hit. Und vor allen Dingen, die springen... Die spawnen wieder genau einen vor einen. Mhm. Das finde ich, das ist genauso wie letztes Mal. Ist geil, ne? Okay. So, ich komme. Oh, shit, shit. Ah, fuck. Ach, scheiße, habt ihr nicht gesehen? Das Arschloch. Hey, warum spawn ich wieder hier ganz hinten? Ich war doch schon am Ziel. Ach, leck mich am Arsch. Ich nehme einfach die stärkste Waffe für dich. Ey, was soll das denn? Hilfe. Was sind die denn? Was bist du? Ach, Junge. Kann ich vorher was essen? Junge, hallo. Ich bin dein Freund. Nee. Bin ich homosexuell. Bin ich homosexuell? Jetzt halten wir unten. Du bist das jetzt. Ich bin das so. So, du gehst auf den Spot. Einfach hier hinten, ne? Warte, kann da nicht noch mal übelst viele gehen? Ja, ja, hier kam auch richtig viele. Wir holen die Gettlinge dann raus, ne? Ich bin ein bester Freund, Junge. Ja, mach, komm, mach die Leute in uns da jetzt weg. Ich bin fast tot, Junge, Alter. Dann verpiss dich da. Mach mal den Heli weg. Wo ist? Ich seh ihn nicht. Den Helikopter. Ja, genau, den da oben. Da macht er ne schöne Laser-Attack-Show. Stürzt da ab? Ja, ok. Wie kann ich schon mal bücken? Kuh, gell? Ja, ok. Ich ess erstmal kurz was. Wie kann ich essen? Inventar. M, Inventar. M. Ja, und dann das Inventar und dann da Snacks auswählen. Äh, Ziele, Inventar, Snacks. Gut. Oh ja, voll. Oh fuck. M. Gut, danke. Habe ich ne Granate oder so? Ne, hab ich nicht. Scheiße. Nein, ich sag gar nicht mehr gleich raus, wenn du was gehst. Scheiße. Ich renne durch. Doch. Danke. Ne, nehme den arsch weg, Alter. Äh, erster. Ha, lol. Nein, dann fliegst du. Scheiße. Ok, gut. Ich fliege, gut. Hä? Ich dachte du fliegst? Ich flieg. Ne, ich mag fliegen. Ich mach' das. Aber irgendwie kam das, mir kam das ja auch übelst schwer vor. Geht? Es kam, wie gesagt. Einmal bitte alle rein. Stopp, Stoff, Digga. Vielleicht musst du wieder alles deaktivieren. Was machst du, Junge? Ja, Entschuldigung. So ist es die App-Gerien. Ja, man ist klar. Ja, genau. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Junge, wie ein Engel. Ja, du mein Gott. Es gibt kein Gott. Es gibt. Jetzt bin ich gespannt. Ach, schade. Sonst habe ich immer Pleitien bekommen. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über die Daumen freuen. Wenn ihr mehr GTA-Videos haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Die nächsten... Hi, es kommt auch auf meinen Kanal. Ja, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao. Das lag da. Das lag da.